Willkommen zu diesem Video über Audio-Effekte. Es freut mich, dass du mit dabei bist. In diesem Video geht es um Audio-Effekte und Korrekturen und wenn du dieses Video gesehen hast, dann weisst du, wie du Audio-Effekte hinzufügst, wie du Audio-Kanäle tauschen kannst, wie du die Frequenz änderst und wie du Audio-Effekte wieder löschen kannst. Ich habe hier eine Beispiel-Videosequenz auf der Timeline geladen und diese bietet sich sehr gut an, um die Audio-Effekte zu zeigen. Ich habe mal diesen Clip hier auf die Timeline gelegt. Dabei handelt es sich um eine Interview-Sequenz. Ich habe diesen Mann hier befragt. Hier unten sieht man leider noch das Mikrofon. Ich habe ihn gefragt, wie man Glas herstellt und er erklärt das in Schweizerdeutsch. Es geht jetzt nicht darum, dass du das verstehst, sondern dass du verstehst, was ich da an Audio-Korrekturen gemacht habe. Wenn ich den Clip da auf der Timeline habe und mit der linken Maustaste anwähle, dann kann ich hier auf den Editor gehen. In den Vorgängerversionen, also Binnacle Studio 20 oder älter, musst du auf den Clip doppelklicken, um in die Audio-Effekte Editor zu gelangen. Jetzt bin ich da bei den Video-Effekten gelandet und hier gibt es ein unscheinbares Notenschlüssel-Symbol. Damit gelange ich zu den Audio-Effekten. Da gibt es zum Beispiel den Kanalmischer und noch weitere Effekte. Dieser Clip bietet sich an, um Audio-Korrekturen zu machen, denn ich habe hier an der Videokamera ein externes Mono-Mikrofon angehängt. Das heisst, die linke Spur, die obere Spur, ist das Mikrofon und die untere Spur, die rechte Spur, ist das Hintergrundgeräusch vom Mikrofon von der Kamera. Du siehst, da ist wahrscheinlich ein durchgehendes Rauschen zu hören von der Werkstatt und auf diesem Mono-Mikrofon ist dann die Stimme aufgenommen. Das habe ich etwas näher da an seinen Mund gehalten. Das Ziel wäre gewesen, dass man das nicht sieht. Es ist etwas schief gegangen, aber dafür ist das Audio umso besser. Und das bietet sich auch immer an, wenn du Audio-Aufnahmen machst, geh so nahe an die Objekte wie nur möglich. Wenn du Audio-Aufnahmen machst, denn dann hast du die Gewähr, dass das Gesprochene auch wirklich gut auf dem Film drauf ist. Und wenn du über 1, 2, 3 Meter ein Interview aufnimmst mit dem Kameramikrofon, dann wird das nichts. Also das sind meine Erfahrungen. Ich spiele das mal ab, damit du hören kannst, was auf diesem Clip drauf ist. Das Problem ist hier, auf dem einen Ohr von meinem Kopfhörer höre ich jetzt die Stimme und auf dem anderen den Lärm. Und den Lärm, den brauche ich eigentlich nicht. Oder ich könnte den dann reinmischen, wenn ich den haben möchte. Was ich jetzt machen kann, in meinem Fall ist, ich habe hier Stereo-Informationen, die ich verändern kann. Und ich kann hier zum Beispiel die Kanäle tauschen, rechts, links. Das könnte dann der Fall sein, wenn du ein Stereo-Mikrofon falsch herum gehalten hast. Kann ja mal passieren. Du könntest zum Beispiel den linken Kanal auf Dual-Mono stellen. Das heißt, der linke Kanal wird dann auf beide Kanäle kopiert, aber in Mono logischerweise, weil jeder einzelne Kanal auch Mono ist. Und das umgekehrt. Ich mache das mal mit rechts auf Dual-Mono, was jetzt falsch wäre. Du würdest jetzt vor allem rauschen hören und sehr leise die Stimme. So würde sich das Video anhören, wenn ich kein externes Mikrofon verwendet hätte, sondern nur das Kameramikrofon. Also man hört die Stimme praktisch nicht. Der Clip wäre dann völlig nicht brauchbar. Jetzt mache ich das Gegenteil. Ich kopiere die linke Spur, also die mit dem externen Mikrofon, auf beide Kanäle. Und diese ist dann nicht mehr zu hören. Und wenn der Honig so flüssig ist, dann läuft er in die vorderen Wannen. Und Glasmacher... Ein perfekter Sound, ohne zu lauten Hintergrundgeräusche. Also du hörst, das ist ein Riesenunterschied. Also ein externes Mikrofon lohnt sich auf jeden Fall. Also diese Einstellung werde ich jetzt mal übernehmen und so belassen. Ich werde das jetzt mal ausschalten, damit ich sprechen kann während dem Abspielen. Du siehst hier die Frequenzen dieses Clips, also der Stimme. Da gibt es tiefe Frequenzen und hohe Frequenzen. Die tiefen Frequenzen könnten zum Beispiel der Hintergrundlärm sein oder tiefe Bässe, irgendetwas Brummen, eine Maschine, ein Generator oder sonst was und dann die oberen Frequenzen. Das ist dann vielleicht irgendeine höhere Stimme oder sonst irgendwelche klingenden, hochklingenden Töne im Hintergrund. So, das ist mal eine Möglichkeit, da die Kanäle zu tauschen. Das finde ich sehr gut. Meistens hast du ja wahrscheinlich mit einem automatischen Stereo-Mikrofon gefilmt und dann ist diese ganze Einstellung völlig irrelevant. Es gibt noch andere Einstellungsmöglichkeiten, da gibt es zum Beispiel einen Media-Editor und darunter gibt es verschiedene Effekte, zum Beispiel Rauschunterdrückung, De-Esser, Kompressor, Justierung, Equalizer und so weiter. Und ich werde einmal zwei davon etwas näher beschreiben, den Equalizer und die Rauschunterdrückung. Was der Equalizer macht, ist, ich kann hier dieses Frequenzband beeinflussen und ich kann jetzt angeben, welche Frequenzen ich verstärken und welche ich abschwächen möchte. Ohne, dass wir uns das jetzt anhören, werde ich mal die Effekte verändern. Da ziehe ich mal an diesem Schieberegler, das wären die hohen Töne, das mache ich ganz nach unten, die mittleren ebenfalls, High Mid und die mittleren und so. Also einfach die oberen drei und du hast vorher gesehen, da haben sich Balken bewegt bis ungefähr hier hin. Und wenn ich das jetzt noch einmal abspiele, dann sieht das Ganze so aus. Also du siehst, sehr gut, jetzt habe ich alle Frequenzen, da die hohen Frequenzen einfach völlig ausgeschaltet. Ich setze das mal zurück auf Standard. Ich mache das einmal mit den Tiefen, mit den niedrigen und Low Mid. Das wäre dann das Gegenteil. Wenn ich das jetzt abspiele, dann siehst du, dann fehlen diese Frequenzen da im tieferen Bereich. So, und darum geht es in diesem Equalizer. Es geht darum, die hohen Töne zu verstärken. Also ich könnte die auch verstärken noch zusätzlich und andere abzuschwächen. Das siehst du, wird es jetzt viel voller. Und ohne, dass ich das jetzt anhören muss, sehe ich, was über diese Frequenzen verändert wird. Und wenn ich das noch einmal keine Voreinstellung nehme und ich jetzt zum Beispiel tiefe Töne rausfiltern möchte, dann würde ich hier einfach diese Frequenz jetzt zum Beispiel, ich weiss nicht, minus 12, das muss man sich anhören, einfach etwas absenken, dann wären dann tiefere Töne nicht mehr zu hören. Ich spiele das einmal ab. Und damit kann ich den Effekt kurz ausschalten. Und wenn der Honig so flüssig ist, dann läuft er in die vorderen Wannen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass, wenn der Effekt ausgeschaltet ist, man die tiefen Töne eher als Störgeräusche wahrnimmt, weil das Hintergrundgeräusche sind, die irgendwo durch die Maschinen erzeugt werden. So kannst du manuell einzelne Frequenzen rausfiltern, die störend sind. Und diese Effekte, die werden immer angewendet für den ganzen Clip. Das siehst du auch an dieser horizontalen Linie. Und wenn du das jetzt zum Beispiel nur für einen Teil des Clips machen möchtest, dann würdest du natürlich den Clip einfach schneiden und zum Beispiel diese Korrektur nur auf diesen Clip dann anwenden. Also einfach so würde man das machen. Ich mache das nochmals rückgängig, diese Schnitte. Also dazu ist der Equarizer da. Wichtig, ich persönlich bin kein Audioprofi. Also ich kann das einfach ein bisschen rumschrauben und dann anhören, ob es sich noch gut anhört. So wirklich gut bearbeiten kann ich das selber auch nicht. Aber ich finde das noch sehr gut, eben visuell zu sehen, was diese Frequenzen genau verändern. Und jetzt komme ich zu den Störgeräuschen oder Rauschunterdrückung. Und da kriege ich immer wieder mal die Anfrage, ja kann man denn einfach Störgeräusche automatisch rausfiltern. Das Problem dabei ist folgendes. Ich spiele das einmal ab, damit du noch einmal die Frequenzen sehen kannst. In diesem Frequenzband sind einmal seine Stimme. Dann sind Hintergrundgeräusche, die stören, vielleicht Maschinen und so weiter. Das Problem ist aber, wenn zum Beispiel jetzt in diesem Bereich hier Störgeräusche wären, dann hat auch seine Stimme ähnliche Frequenzen wie dieses Störgeräusch. Und ich kann zwar das ganze Frequenzband damit entfernen. Das Problem ist aber natürlich, dass ich dann auch seine Stimme in diesem Frequenzband rausfiltere. Also das heisst, seine Stimme hört sich dann nicht mehr so original gut an, wie halt aufgenommen. Das heisst also, ich kann nicht automatisch einfach nur Störgeräusche entfernen. Also ich kann jetzt einfach diese Balken hier leiser oder lauter machen, aber ich kann nicht hier etwas aus der Mitte rausschneiden, also nicht in Pinnacle Studio, was dann stören würde. Und das Problem ist eben, wenn ich jetzt Rauschunterdrückung anwähle, dann kann ich hier wählen, um wie viel der Pegel quasi gesenkt werden soll. Und ich kann auch sagen, ob der Wind entfernt werden soll. Und wenn du das mal anschaust, wenn ich das abspiele, wenn ich jetzt, wie du siehst, gibt es hier Frequenzen in allen Bereichen. Und wenn ich jetzt einmal den Wind entferne, dann siehst du, dann wird hier einfach die tiefen Frequenzen rausgefiltert. Also die ganz tiefen, die kommen eher seltener vor. Und somit wird jetzt für Pinnacle Studio Wind entfernt. Also was es eigentlich macht, ist einfach eine Equalizer-Einstellung und entfernt gewisse Frequenzen. Und du kannst hier ein bisschen rumschrauben und versuchen, die Störgeräusche rauszufiltern. Aber du wirst immer erkennen, dass sich die Originalstimme des Interviewten auch verändert, weil er auch in diesen Bereichen spricht und das dann halt nicht so einfach ist. Also die etwas optimalere Rauschunterdrückung hättest du wahrscheinlich, wenn du die Frequenzen kennst, die stören und die dann über den Equalizer etwas rausfilterst. So, also damit könntest du die Frequenzen ändern. Jetzt, wenn du damit zufrieden bist, kannst du einfach den Editor wieder schließen und du hast dann den bearbeiteten Clip hier auf der Timeline. Wählst du zurück zur Bibliothek. Und wenn du jetzt einen Effekt komplett löschen möchtest, dann kannst du einfach mit der rechten Maustaste auf diese horizontale Linie klicken und dann diesen Effekt über Media Editor zurück zu Original und dann sind alle Einstellungen gelöscht. So, das ist das, was ich dir zeigen wollte zu den Audioeffekten. Ich finde das sehr wichtig und eigentlich sehr gut gemacht in Pinnacle Studio. Natürlich könnte es da noch mehr haben, aber wenn du nicht weißt, was du verändern musst, dann nützen dir die Effekte auch nicht wahnsinnig viel. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich immer wieder über Feedback und Kommentare. Klick doch unbedingt auf den Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich immer wieder auf den Daumen nach oben. Ich freue mich immer wieder auf den Daumen nach oben.